Qualität macht den Unterschied. Aus dem 1971 gegründeten Familienunternehmen Stano AG ist die Astano GmbH entstanden. Der Name hat gewechselt, die Erfahrung und Qualität ist dieselbe geblieben. Ausführliche Beratung ist Voraussetzung für ein perfektes Ergebnis. Farben, Formen, Muster, all das will wohl überlegt sein, denn sie sollen sich in ihrem renovierten Heim wohlfühlen. Malermeister Adriano Stano nimmt sich Zeit für jeden einzelnen Kunden. Der Chef persönlich erstellt eine Offerte für die anfallenden Arbeiten. Auf Wunsch koordiniert er auch Handwerker für ihre Umbauten. Neben den klassischen Malertätigkeiten spritzt die Astano GmbH ihre Möbel und arbeitet mit dekorativen Techniken wie zum Beispiel Stuckaturen oder Lasurtechniken. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird von Hans Stano und seinem langjährigen gut ausgebildeten Mitarbeitern sauber und termingerecht ausgeführt. Nur erstklassige Materialien finden den Weg in ihre Räume. Zufriedene Kunden sind unser oberstes Ziel.